Oh! Ey, voll cool! Eine Avengers-Trinktaste! Lecker! Moin Mädels, moin Jungs! Heute gibt es mal wieder ein spezielles Video mit dem Gulasch-Sport. Aber vorher gibt es noch eine Information. Das erste große kostenlose Update für Avengers, Alter, ist richtig live. Ich weiß nicht, was ich meine, da kannst du runterladen. For free! Und mit dabei ist der Black Panther. Den könnt ihr jetzt zocken. Seht ihr auch heute im Video. Oh, nochmal geil. Ja, in dem Update Black Panther, Krieg und Wakanda ist natürlich auch die Welt von Black Panther mit integriert. Das heißt, ihr könnt in Wakanda auch Missionen abschließen. Und generell würde es auch weiter schädige, kostenlose Updates geben. Also könnt ihr euch mal auf was gefasst machen, wenn ihr ein bisschen Avengers-Fan seid, Alter. Könnt ihr mal reinladen. Ja, und neben dem Black Panther gibt es noch acht weitere Superhelden, Digga. Dann haben wir Iron Man. Hawkeye, Captain America, Hulk, außerdem noch Thor, Black Widow, Mrs. Marvel und Kate Bischoff. Und wenn ihr jetzt Bock auf das Game bekommen habt, dann schaut doch auf jeden Fall in der Beschreibung vorbei. Da ist das Ding natürlich verlinkt, ne? Und ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Gulasch-Wort. Da geht es heute wieder richtig rund. Abfahrt! Ich stehe da so. Moin Mädels! Moin Jungs! Heute wird wieder im Gulaschtopf gerührt, meine Damen und Herren! Ist mal wieder soweit, ne? So lange habt ihr gewartet. Dickflüssig! Ach, schmeckt! Latte Macchiato! Ich hab übel mein Mikro geschlagen. Können wir jetzt unsere Caps verprügeln? Achso, wir müssen unsere Caps verprügeln. Na klar! Abfahrt! Wir haben es hier mal wieder zusammengefunden, um mal wieder ordentlich die Leute zu verprügeln. Black Panther ist am Start, Hulk ist auch da. Na, schätze ich? Hulk, tanzen! Wie geschwitzt seid dran! Ja, Papu wieder auf Iron Man, Allah! Alter! Ja, und Useless Hanno ist auf Hawkeye am Start. Moin! Ich dachte mir, Hawkeye ist der nützlichste, Allah! Avengers! Avengers! Deswegen pick ich den! Geil! Wir gehen rein, ich suche die Mission aus. Iron Scheiße! Iron Scheiße! Fang mich, grüner Halken! Komm her! Die reden mit mir! Guck mal, ich pass hier durch, du nicht! Komm her! Hawkeye! Aus dem Weg! Hogan! Wir sind jetzt wieder im Raumschiff und gucken uns gegenseitig an, oder? Was für Raumschiff, Mann! Das soll ein Superheld sein, Alter! Guck mal, wie scheiße das ist! Alter, das sieht aber echt schick aus! Wir sind in echten Amerikus! Captain Amerikus! Uri, der Wakanda-Anführerin! Die! Sie redet! Echt, wo? Echt, zerstört! Wo bist du? Okay! Ja, lasst uns mal, folgt mir bitte! Wir gehen zum Einsatzstisch, Freunde! Nö! Nö! Wie spring ich? Kalle, wir werden angegriffen! Kalle! Ja, hör mal! Ja! Wie alles begann! Nee, hier ist sie! Da ist die Aktion, die wir jetzt machen! Wie alles begann! Kampagne-Mission Number One! Naja, auf jeden Fall gibt's hier auch dann eine neue Mission! Die kann man dann auch mal machen! Wir gehen jetzt erstmal woanders hin! Warte mal, warte mal, warte mal! Kalle! Lass mich mal kurz was gucken! Ja, also soll ich was andrücken? Ja, probier das gern mal! Fahr mich wieder nach Hause! Ja, ich wollte mal einen Ausdruck mit euch machen! Was ist jetzt euer Problem? Ich bin schön hier! Ich muss raus! Oh, Film! Ich will die Story hören! Große Mengen dringen aus einem Komplex tief im Aim-Territorium! Aim und Gamma? Wie? Monika will meine Forschung reproduzieren! Monika! Ich habe ihr alles dazu gegeben! Scheiße! Es tut mir leid! Warum stehen die alle? Ich hab ihr vertraut! Ich hab euch vertraut, Jungs! Ich hab euch vertraut, Jungs! Jetzt die Anlage infiltrieren! Und sie aufhalten! Ja! Wohin fliegen wir? Ich habe die Koordinaten in den Quinjet hochgeladen! Aha! Ist doch nicht Instinkt! Quinjet heißt der! Ja, I3 Quinjet, was ist dein Problem? Müsst ihr jetzt rumschreien? I3 Quinjet, was ist dein Problem? Bereit machen! Bereit machen! Alter, noch fünf Sekunden! Drei! Eins! Abfahrt! Das sieht so cool aus! Ich auch! Wir sind schon wieder im Quinjet, ne? Du hast auch die Farbe lila! Also geht aber! Grün ist schlimmer! Ein lila! Also machen wir einen Terroranschlag! Wir hauen da jetzt drauf! Wir sind Terroristen! Vor allem du und deinem Bogen! Stell dir vor, du fliegst halt so nach Amerika von Afrika und gehst die ganze Zeit im Jet auf und ab und boxt in die Luft! Aufgenommen, halt! Hallo Großer! Falls Monika dort ist, mach nur den Job! Hör auf Jarvis und Kamala, wenn sie sagen, du sollst aufhören und... Oh Monika! Danke! Oh! Ohohoh! Ohohoh! Alter! Ohohoh! Alter, ich mach hier ne richtig krasse Move! Alter, ich kann mir voll in den Bogen schießen! Oh! Spähtrupps? Die müssen wegballern, oder? Mach kaputt! Ohohoh! Alter, der ist voll aus dem Bild getreten! Sterzig! Zugriff! Ah! Alter, das ist ein dickes Gerät! Ohohoh! So, ihr kriegt jetzt erstmal meinen Speer in die Fresse! Freunde, ich brauch eure Hilfe hier! Wir sind doch die spannenden Wände! Ja, mach ihn mal kaputt! Ich versuch Hulk zu retten! Wiederbeleben! Wallah! Komm hoch! Ich werd euch tippen! Jaaaaah! So, hier rein in den Fahrstuhl! Wir müssen hier Mindestlasten! Alter! Okay, könnt ihr das mal ein bisschen ernster nehmen hier, es reicht! Ohohoh! Ahhhh! Gamma-Forschungsprogramm! So, Ult geht los! Uh! Alter, ist das die Ult? Ne, ne, die ganze Zeit! Fliegt hier rum und metzt alle ab! Ach was! Hier oben ist ein Laser! Ah, hier sind aber auch Leute, ne? Müsst ihr auch was! Ich... So! Wakanda für immer! Wakanda für immer! Da kommt der Panther, Digga! Ey, lass das hin! Mach mal die Tür auf! Ich bin Prince of Persia! Prince of Persia! Yeah! Wir müssen alle zerstören, um weitere Experimente zu verhindern! Ich hau ihm einfach die ganze Zeit hier meine Sperre in die Fresse, Digga! Weiß ich was ich mein? Ah, schön! So, da ist hier Hulk zerstören! Hallo! Ahhhh! Die will hier einfach Vodafone zerstören, ey! Ehre! Ich mach jetzt auch, ich hol meinen Panther! Abfahrt, Digga! Ich mach die letzte Vodafone-Station hier weg! Kann doch schweben übrigens! So! Kommst du aus Schweden? Kann schweben! Ich komm aus Schweden! Norwegen finde ich auch ganz nice! So, ich tipp hier mal eben was in die Konsole ein! Soll ich, soll ich machen, dass der schneller fährt? Ja, gerne! Kann ich nicht! Ja! Kann ich nicht! Ich bin nicht Gott! Also könnt ihr meine Story jetzt hören! Soll ich machen, dass es lauter ist? Kannst du nicht! Kann ich nicht! Fressenet, Fressenet! Jaaaaa! Gemeinsam, gemeinsam, Digga! Avengers! Oh, wer ist er denn? Das ist Hendrik, wenn er neue Magic-Karten hat! Boah! Dann hab ich dir schön wieder einen Schluck gegeben! Oh mein Gott! Alter! Papo hat sich degeneriert! Äh, digitiert! Ich bin wieder degeneriert! Scheiße, Mann! Alter! 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 Wie bei Power Rangers! Schönen Mech-Fight, ey! Alter Pacific! Alter, ich bin eine Katze, Digga! Ich bin effektiv! Alter, wie wir denn einfach verprügeln! Da kann ja gar nichts machen! Ja, also das ist auch kein fairer Fight! Muss ich auch mal ehrlich zugeben! Ich habe einen Typen! Kalle! Schmeiß Kalle! Schmeiß Kalle! Schmeiß den mal! Schmeiß den weg! Ah! Ich werde so zusammengeschlagen! Mission abgeschlossen! Mission abgeschlossen! Zustand grün! Zustand grün! Zustand grün! Zustand grün! Man kann auch auf Tab im Character-Menü kann man auch zur Ausrüstung austauschen! Oh, kann ja mal auf ihn zu sammeln! Danke! Also hier zum Beispiel habe ich neue Clown mit der Kraft 13! Die legen wir mal direkt an! Ja klar! Ausgerüstet, Digga! Fernkampf, Nahkampf! Wir sind jetzt deutlich stärker! Unsere Attacks sollten jetzt deutlich mehr Damage machen! Und weitere Fähigkeitspunkte kann man ja auch noch ausgeben! Die anderen labern alle eine dumme Scheiße! Jetzt habe ich schon eine Kraft von 9! Das müsst ihr euch mal vorstellen! Christo hat eine Kraft von 11! Mission wählen! So, wir machen jetzt die Mission aus den Schatten! Das ist eine 10 plus 1! Das ist also eine kleine Herausforderung für uns! Oh, Story! Mann, es soll losgehen! Für die Story dann! Ja, okay! Fury hat alles verfolgt! Ja, okay! Und... Wir sollen jetzt... Das ist eigentlich der mit dem lila Hemd! Das Hulk! Achso! Großartig! Ich brauche nur ein paar Muskeln für diesen Job! Damit kann ich leider nicht dienen, aber... Ich kenne da jemanden! Bruce! Nimm mich! Du redest von... Ja, Hulk! Ja, ähm... Gehen wir's an! Gehen wir's an! Missionsbelohnung! Protektor! Weniger Impuls! Weniger Impuls! Ich bin dumm! So, kann losgehen! Tschüss! Ich will auch! Wieso kann ich nicht sterben? Ja! Ja! Okay, Freunde! In 160 Metern ist unser Ziel! Ah! Wir müssen halt immer auf zwei Minderbemittelte warten hier, ne? Das ist unfassbar! Aua! Oh nein! Hulk tot? Nee! Ich bin auch tot! Oh, Diggi! Aui! Wir heilen euch! Ihr müsst hier drin stehen! Oh, geil, wie du mich beschützt! Alter, double! Oh, Stufe hoch! Stufe hoch! Nein, sehe ich nicht! Gut gemacht! Jetzt übernehmen unsere Agents! Okay, jetzt übernehmen unsere Agents! Rücken Sie vor! Bis noch los! Oh! Hier! Schön geschickt! Boom! Wir müssen hier... Hulk, mach mal die Dinger kaputt! Oh! Ich bin doch dabei! Die Säulen! Hulk hat Menschen in der Hand! Okay, dann hole ich meine Katze raus! Und nochmal! Schön! Und jetzt umkopp! Event gemein sein! Königliche Gnade, Digga! Ja! Mayday! So, ich werfe mal meinen Speer da drauf! Oh, hier sind wieder ein paar Duedicas! Bam, bam, bam! Ich mach mich wieder big! Ich bin Big Chungus wieder! Frisbee! Big Baba Jackson! Frisbee! Frisbee! Bummara! Oh, guck mal, hier ist ein Panzer! Der Panther will den Panzer fahren! Ah! Mayday! Wo bist du? Steh auf, Hulk! Komm! Ist doch nicht so schlimm gewesen! Und Frisbee! Oh! Oh! Wieder auf den drauf getreten! Frisbee! Verwirrt! So, und innen kommt er! Oh, Alter! Digga! Den hab ich weggemacht! So! Okay, wir müssen das Ding ja kaputt machen, ne? Ja, ja! Wir sind nur dabei, hier noch so ein paar Leute zu verprügeln! Frisbee! Oh, Alter! Oh, Alter! Frisbee! Avengers, folgt mir! Frisbee! Jetzt gibts aus dem Maul! Schön in den Arsch, Junge! Oh! Bin am Boden! Bin am Boden! Hilfe! Oh, Captain America! Gemeinsam stark! Ehre, Digga! Danke, Digga! Teuer! So! Oh, voll in den Arsch! Oho! Wieder weggeflogen ist! Digga! Hobi! Wir haben's geschafft! Erwält das! Gemeinsam Frisbee! Gemeinsam Frisbee! Was sagst du dazu, Papo? Ich war die ganze Muted? Scheiße! Also jetzt bin ich aber wirklich gespannt, welches Level ich gleich hab! Also es geht relativ flott! Ne, mit dem Level! Ich kann ein richtig hässliches Outfit nehmen! Also Undertaker! Jut! Okay! Ist jetzt auch wieder ein bisschen über unserem Niveau, aber ist nicht so schlimm! Ja, wir haben ja bis jetzt komplett rasiert, ne? Drei! Zwei! Uno! Abfahrt! Alles hört auf mein Kommando! Jaaaaah! Weißt du was? Ich hole mir jetzt wieder mehr Kraft, damit ich stärker bin als Kalle! Weitbrand! Hike! Traurig! Avengers, wir müssen löschen! Avengers! Rest! In! Peace! Bing, 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 bong! Aui! Sperr! Den machen wir weg! Guck mal hier! Zack, zack! Und jetzt hier! Rated Story! Rated Story! Max, wollen wir Frisbee spielen? Well! Oh, Alter! Tastmaster Söldner! Jaaaa! Iron Man! Jaaaa! Iron Man! Iron Man! Eeeeee! Ray Mysterio! Ray Mysterio, Digga! Oh, und jetzt! Bam! Ah! Alter! Wie ich den aufm Boden wieder zerstampft hab! Jetzt sind nochmal zack! Weg! Das sind zwei davon! Ah! Ich bin auch down! Scheiße! Okay, Bro... Ah! Ich bin auch down! Okay, ich schlats... Wir liegen aufeinander! Hat das! Hals! 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 Zurück! Spart euch eure Ultis auf, Freunde! Ja, mach ich! Hals! 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 Töt ihn, Hals! Ja, das war geil, Digga. So, Avengers. Gemeinsam. Avengers. Imaginers. Ja, Iron Man. Frisbee. Okay, weiter geht's. Wir müssen den Shield-Bunker erreichen. Avengers, riecht mal. Riecht nach Scheiße. Los geht's. Oh, lol. Oh, lol. Okay, rein doch. Wieder Fahrstuhl fahren. Ah, keine Mission ohne Fahrstuhl. Fahrstuhlmusik einfügen? Klar. Gemeinsam. Avengers. Gemeinsam unbesiegbar. Beton. Beton. Äh? Machst du das jetzt nicht mehr drinnen? Avengers. Frisbee. Boing, 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 boing. Du hörst sofort auf. Wenn wir einen Fahrstuhl mal Heide lassen, müssten wir jeden Fahrstuhl kaputt machen. Das kostet. Meinsam. Oh, wir sind da, Leute. Weiter geht's. Ich hab alle Fähigkeiten, wie du so rausfliegst. Schnell jetzt. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Hier. Hier ist die vier. Hier ist die zwei. Okay, jetzt brauchen wir, dann gehen wir drauf. Ja, gut. Geilo. Jetzt brauchen wir die drei. Hinterhalt. Frisbee. Damit konnte keiner rechnen. Ich bin sauer. So, Alter, ich mach hier noch weiter. Capoeira ist meine Latte. Macchiato. Oh, hier ist wieder ein großer Ironman. Wir brauchen Ironman. Ich bin doch schon am Start. Oh, der Robo. Oh nein, ein Hacker. Hacker mit. Ich nehm mich jetzt hier von. Ah, guck mal hier. Zack. Capoeira in dein Gesicht. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich seh gar nichts. Abstand halten. 1,50. 4,1,5. Äh, 5,1. 4 ist hier hinten. Gehst du wieder auf die 1, Papo? Ja, äh, noch nicht, ne? Ja. Ich hab die 4. Ich hab die 5. Ja, perfekt. 1. Wir brauchen die 1. Ich geh auf die 1, Silber. Ja, ich versuch's doch. Boing, bing. Boing, boing, bing. Boing, boing, bing. Oh, schon wieder ein Digga. Alter, Transformers sind da. Heuch zerstören. Hallo, Digga, Bossfight. Brauch noch mehr Heilung. Oh, oh. Es geht mir nicht gut. Ey, dieser Roboter hat wohl keine Chance. Ah, der haut aber auf mein Gesicht drauf. Ja, schön. Uhhh. Da ist noch einer. Ich bin down. Wieder bei Leben, wieder bei Leben, wieder bei Leben. Iron Man is back in the building. Jetzt wird er weg gemacht. Was ist denn nun kaputt? Noch ein letzter Code. Und wir haben das. Jetzt müssen wir bestimmt 5 Codes machen. Die 3 ist drüben bei der 1. 5 ist hier. Ja, halt doch die Schnauze jetzt. Ich glaub, jetzt kommt nochmal ein richtig dickes Gerät, oder? Alter, es sind so viele. Alter, wir machen grad diesen dicken Roboter. Ja, aber dreht dich mal um, da sind noch mehr. Sauer! Ja! Fuck, Digga! Irre! Mysterio! Ich bin da! Meldet! Ich hole dich! Fokus feiern, Nidl! Ah! Wo ist ein Eiermann? Eiermann! Wir haben's geschafft! Nein, wir haben's geschafft! Vielen Dank für Ihre Geduld. So, raubt die Bank aus! Ja, nehmt alles mit euch. Nehm mal hier den Computer mit, Alter. Der ist viel mehr. Wir haben's geschafft! Die Daten werden gerade woanders... Ganz entspannt, Mensch. Hör auf zu labern, großer Falco, Digga. Da kommt wohl ein Einbrecher gerade rein. So, Freunde. Das war mal wieder ne rührende Aktion. Hier mit dem Gulasch. Oh, der ist jetzt nicht bereit. Schaut gern bei den anderen vorbei. Wenn ihr Bock auf Avengers und die Black Panther habt, dann schaut doch mal in die Beschreibung. Da ist ein schöner Link. Ansonsten war das mal wieder Gulasch-Haschtisch oder so. Gulaschtisch. Jetzt verpisst du euch alle! Eiermann! Falco! Rühren! Gemeinsam! Rühren! Eiermann!